Was scheint noch? Fülle der Typhon auf 50% Ja, die Typhon soll doch mal anfangen Nehmt's Auto-Fallschirm, den wollte ich Die machen immer ein aufwändigere Manöver Gut Nein Ich wollte nicht gegen die Treffen fliegen Ich glaub das kommt nicht so gut gerade Oh ja Da ist der Große Das ist nur die Frage zu stören sollten mit denen ja eigentlich nicht Ha, da fehlt er abgeschossen So nicht mein Freund Ah, der fliegt wieder umher, ich merk's schon Erledigt Okay, da scheinen immer mehr Kleine zu kommen Was war das? Eigentlich Die Frage ist jetzt, können wir jetzt den Großen überhaupt noch weiter angreifen? Hülle der Typhon kritisch Typhon schwer beschädigt Okay Mission abgebrochen Da explodiert sie Vorsicht hin Also doch erstmal erstmal den Großen komplett nahe legen, mal gucken Aber wir den zerstellen, dann können die doch die Geiseln nicht befreien Ach, wer weiß Ach, wer weiß Ach, wer weiß Erstmal das Drecks Schild weg hin hier Hör 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 auf Mann, ich meine dieses Oh, falsches Geh kaputt Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Oh, das ist er schon Und weg Sehr gut Das müssen wir noch Die komischen Antriebsdinger Da wegmachen Oh Fuck Ich hab jetzt einen blöden Strahl Ja, ist okay So prozent ist besser als nix Aber wenn ich jetzt mal aufhören würde Ich würde hier noch etwas schießen Torpedo im Anschlug Ah, ich hab ihn da hingesetzt Ich hoffe die treffen ihn auch Ich hoffe der ist jetzt bald mal fertig hier Okay, dann muss ich hier weiter Weckere ich das bei Okay, dann muss ich hier weiter Weckere ich das bei Sekundärwaffe desaktiviert Ach, der hat nichts mehr zum wegschießen irgendwie Okay Die Schäuble sind gleich weg Ist da hinten irgendwas? Machen wir mal die Sprengköpfe Boah, sag mal Was zur Hölle Ja, ist okay Ich hab doch auch keinen Plan mehr jetzt Ich mein Was soll ich da jetzt noch machen? Oh Gott Autsch Gleich sind wir tot Ich hab echt keinen Plan mehr Aha Endlich Aua Haben wir noch irgendwas Tarnverrichtung? Okay Geben Sie Acht Wir dürfen nicht auf die Hülle des Kreuzers schießen Bleiben Sie auf Zielkurs Energiereserven verbraucht Der ist mal getarnt Nicht Verlieren Ja, das hat sich dämlichen Idioten an Bord Die Lebensform wird auf die USS Typhon gebeamt Zweite Geisel transportiert Fein, fein Drei Lebensformen auf die Typhon gebeamt Wir tarnen uns lieber Vorsicht ist besser als Nachsicht Der fünften Lebensform ist instabil Bleiben Sie in Bereitschaft Ich bin bereit Transportiert Feindliches Schiff enttarnt sich Sensoren zeigen, dass seine Energie in die Waffensysteme umgeleitet wird Nein Das heißt, wir dürfen jetzt Dieses dämliche Ding Wir sind sowas von tot Das heißt, wir müssen ein Tromterkampf Shit, 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 shit Ach Schildwurmplasma aufgenommen Wo ist das andere? Also nicht das andere Schild, das andere Ding Ach, das war ne Dings Energie Feindliches Schiff enttarnt sich Sensoren zeigen, dass seine Energie in die Waffensysteme umgeleitet wird Ich möchte ein Geld vom Schilder bestellen Ah, Glück gehabt Wir haben es tatsächlich geschafft Wow Na gut 73% Puh Missions-Commander Na gut Alle fünf Besatzungsmitglieder wurden gerettet Unsere Mission war erfolgreich Das speichern wir jetzt mal wieder 226 Haben wir gebraucht bisher Bitte wählen Sie eine Mission So Und noch einmal ein Neustart von Mission 9 Die ich schon angespielt hatte Aber leider ist da irgendwas dann abgeschmiert Entweder das Spiel oder die X-Terry Ich weiß es noch nicht Und ich hoffe, es passiert nicht noch einmal Mission gewählt Nausicaanische Rider haben einen klingonischen Gefängnistransporter gekidnappt Und nehmen Kurs auf einen Piratenaußenposten im Orbit von Lycosa Die Nausicaaner beabsichtigen Verurteilte und Besatzung als Sklaven für die Minen auf dem Planeten zu verkaufen Wir müssen sie abfangen und diese Transaktion verhindern Lokalisieren und eliminieren Sie die Patrouillenschiffe der Piraten und deaktivieren Sie ihre Kommunikationsrelais Dadurch kann der Außenposten nicht über unsere Ankunft informiert werden Sobald Sie dieses Ziel erreicht haben, greifen alle Valkyries die Eskorte des Schiffs an und deaktivieren das Schiff Greifen Sie seine Triebwerke nur an, um sie außer Gefecht zu setzen, aber feuern Sie nicht auf seine Hülle Das Schiff ist nur leicht gepanzert und könnte durch das Feuer zerstört werden Sie werden dann weitere Instruktionen erhalten Beginnen Sie nun mit der Operation Okidoki Dann legen wir mal los Also es ist genau da abgeschmiert, wo man nachher in die Die Nausicaanischen Rider, die sie verfolgen, werden vom Sicherheitsdienst der Sternenflotte wegen Sklaverei, Piraterie und Entführung gesucht Das Reich der Klingonen berichtet, dass 28 Q-Mitglieder während der Übernahme des Gefängnistransports getötet wurden Seien Sie vorsichtig, es sind gefährliche Kriminelle Jo, gefährliche Kriminelle Auf jeden Fall ist es genau da abgeschmiert, wo es nachher auf die Station geht Ich hoffe, das passiert nicht nochmal Ziel verloren Energiereserven werden umgeleitet Wenn das nochmal passiert, dann liegt es eventuell an der Mission oder dass da irgendwas mit dem Spiel nicht hinhaut Mit der Emulation vielmehr Das wäre schade Wenn dem so ist Aber abwarten Naja, Pädos kannst du dich behalten Na, wo sind sie denn da? Na, die standen da nur so rum, na toll Ich hätte ruhig noch schneller stehen bleiben können Nein So, das war der letzte Jetzt geht's auf das große Schiff Da haben wir schon Schalten Sie das Kommunikationsrelais aus, bevor der Außenposten bemerkt, dass eine Patrouille fehlt Ihr Hatt wird Ihnen die geschätzte Zeit anzeigen, bis sie entdeckt werden Nein Mist, bin zu dicht Oh, fuck dich Ja, ist gut Ist gut Meine Herren Verrück dich doch wieder Oh, doch nur Oh, weg hier Ich glaube, das Schiff liegt jetzt nicht in die Luft Dann nehmen wir mal die Sprengköpfe Das hat letztes Mal ziemlich gut geklappt Kann man nämlich ein paar beseitigen Ach, Mist Leider verschwindet, weil das ein anderer Torpedo getroffen hat Muss er Da kommt's mir nicht Los, aufpassen Ich will keine verschwenden Wo ist der Nächste, bitte Nix da Ja, der Torpedo schießt dann, wenn ich das Okay Mist Einen haben wir da noch Mal gucken Wo müssen wir da noch einen finden Erwischt Die anderen knallen wir dann wieder per Hand ab Ich weiß mal, welche da hinten In den schönen Bad weg am Schiff Hallo Schön Bad weg am Schiff Hallo Wo seid ihr weg Kommen wir denen überhaupt näher Sag mal Was macht die hier hinten Haben wir da noch was anderes Oder warum sind wir so weit weg Dann noch nach those Die Gäste Die registered